Herzlich willkommen hier bei uns in Bielefeld in Ostwestfalen, Matteo Klimowitsch. Schön, dass du da bist. Sag uns doch mal, warum ist es jetzt Arminia Bielefeld geworden? Vielen Dank. Ich habe mit Leuten von Bielefeld gesprochen, mit Trainern und ich habe eine gute Möglichkeit gesehen. Hier bin ich. Sehr gut. Du bist variabel einsetzbar, hast zuletzt in Stuttgart viele Positionen besetzt. Wo fühlst du dich denn so richtig zu Hause? Ja, Position, wo ich immer gespielt habe, sind die Nummer neun Stürmer. Aber ich kann auch auf acht spielen. Ich kann auch gut spielen. Sehr gut. Acht ist ja auch deine Trikotnummer. Gibt es einen besonderen Grund dafür? Nein, ich habe die Nummer gesehen, die da waren und ich fand die Nummer acht sehr schön. Alles klar. Kann man dann ab heute im Fanshop zuschlagen, die Nummer acht mit Klimowitsch. Du warst schon hier bei uns im Stadion zu Gast zweimal. Was für einen Eindruck hat Arminia bis jetzt auf dich gemacht? Ja, in der zweiten Liga, ich war hier. Ich habe nicht gespielt, aber ich habe die Fans gesehen, die waren richtig gut. Und das zweite Mal war ich leider ohne Fans. Und jetzt freust du dich? Ja, jetzt bin ich glücklich, dass ich wieder mit Fans spiele. Sehr gut. Wenn wir mal abseits des Platzes gucken, wenn du nicht beim Training bist, was machst du dann am liebsten? Ja, mir gefällt am meisten mit Familie und Freunden zu sein. Sehr gut. Herzlichen Dank, Matteo. Schön, dass du da bist und viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.